Sie sind hier, 14. Oktober 2018, 7.44 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die Schwenninger Wildwings erwarten die Fishtown Pinguins Bremerhaven Urheberrecht Sport1 Grafik ist dort Dell-Duell der Gegensätze in der Dell. Die aufstrebenden Fishtown Pinguins Bremerhaven empfangen das Schlusslicht. Sport1 überträgt ab 16.45 Uhr live. Mit einem überzeugenden 6 zu 2 Erfolg gegen den Titelverteidiger aus München haben die Fishtown Pinguins Bremerhaven am Donnerstag in der Dell für Aufsehen gesorgt. Das Team von Coach Thomas Popiesch hat mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt. Ganz am Ende der Tabelle steht dagegen der kommende Gegner Schwenninger Wildwings ab 16.45 Uhr live im TV auf Sport1 und im Livestream. Das Team, das sich in der Vorsaison noch überraschend für die Playoffs qualifizierte, hat einen völligen Fehlstart in die neue Spielzeit erwischt. Nach dem Auftakterfolg über Nürnberg musste sich der Zirk in allen neun folgenden Partien geschlagen. Hauptproblem für die Schwenninger ist die Offensive, erst magere Achttreffer haben die Schützlinge von Ex-Bundestrainer Pat Cortina erzielt. Sport1 begleitet die Übertragung mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Andreas Renz. Die restlichen Partien des 11. Spieltages, unter anderem mit Meister München gegen die Düsseldorfer EG, gibt es im Live-DK. Alle Partien des 11. Spieltages im Überblick. Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt, ab 14 Uhr im Live-DK. Kölner Haie, Adlermannheim, ab 14 Uhr im Live-DK. EHC Red Bull München, Düsseldorfer EG, ab 16.30 Uhr im Live-DK. Iserlohn, Rusters, Straubing-Tigers, ab 16.30 Uhr im Live-DK, Thomas Sabo-Eis-Tigers, Krefeld-Pinguine, ab 16.30 Uhr im Live-DK. Schwenninger Wild Wings, Fischtown-Pinguins, ab 16.45 Uhr live im TV auf Sport1 und im Livestream. Augsburger Panther, Grizzlies Wolfsburg, ab 19 Uhr im Live-DK. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr